Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die Knallerinformation hat uns vor 2-3 Stunden auf Twitter erreicht. Der Duo-Modus, den sich so viele schon sehr sehr lange wünschen, mich mit einbeschlossen, soll nächste Woche nach Ende des Halloween Events schon aktiviert werden. Am 5. November soll es soweit sein. Ich gehe davon aus, dass es gegen 19 Uhr sein wird. Ob es direkt nach Ende des Events sein wird oder ob es vielleicht noch 1-2 Stunden dauert, bis vielleicht der Patch dann aufgespielt ist und so weiter. Das werden wir am Dienstag sehen. Es gibt einen kleinen Trailer, den ich euch gleich zeigen werde. Der geht keine 20 Sekunden. Der lässt nicht viel Raum für Spekulationen, was eventuell in diesem kleinen Event kommen soll. Es ist auf jeden Fall ein zeitlich begrenzter Modus. Ob es neue Skins oder so gibt, weiß man nicht. Ich denke mal, dass wir zum Wochenende hin noch mehr Informationen über den Duo-Modus bekommen werden. Ob es irgendwelche speziellen Aufgaben gibt, ob es was freizuschalten gibt, steht alles nicht fest. Kann man aus dem Trailer nicht rauslesen. Ich bin sehr gespannt. Haut auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, was ihr von dem Duo-Modus haltet. Ich zeige euch jetzt gleich noch den Trailer. Und für alle, die sich Lives dafür den Duo-Modus von mir wünschen, die muss ich leider enttäuschen. Die meisten von euch wissen es vielleicht. Ab dem 5. November bin ich für vier Wochen leider nur durch vorproduzierte Videos auf YouTube aktiv, weil ich eine Operation vor mir habe und dann vier Wochen kein YouTube live zumindest machen kann. Sicherlich werde ich zum Zocken kommen, aber halt nicht live, was mich ein bisschen ärgert. Also werde ich, wenn es vom Duo-Modus was Besonderes von mir gibt, das euch erst im Dezember zeigen können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer. Lasst ein paar Kommentare da, was ihr von dem Trailer und dem Duo-Modus haltet. Das war es von mir und ich hoffe, dass wir uns am Wochenende vielleicht nochmal hören, wenn es weiter Informationen zum Event gibt. Macht's gut. Ciao und viel Spaß beim morgigen Halloween am 31. Oktober. Macht's gut. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.